Hallo und zurück in der finsteren Höhle, wo Bertram war, der alte Tu-nicht-gut, im Grunde Liegt's auf wahr? Dieb? 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 Hier ist Dieb. Und du bist Holzfäller, ne? Könntest du aber auch eine Diebin sein. Ich denke, wir haben doch Dietrich. Gerne, oder? Ja, dann nützt ja nix. Obwohl Angler zur Nahrungsmittelbeschaffung. Was haben wir denn noch? Heute tun wir kurz. Ich mach mal kurz abbrechen. Du hast Sex. Tüftle brauchen wir aber. Einen Schmied brauchen wir aber auch. Wieso bist du eigentlich? Ne, du bist Angler. Ach ne, du bist Holzfäller. Ja, Holzfäller. Aber Angler ist gar nicht so schlecht. Ne, ne, ist eigentlich ganz gut. Wir machen dich mal zum Dieb. Ist nicht schön, aber jetzt ist es so. Lernt, wie man Schlösser knackt, dreht den Dietrich und drückt, um ins Schloss einzuführen. Je näher der Dietrich an der Öffnung ist, desto mehr hebt er sich, doch wackelt er zu sehr, könnte er brechen. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, was du von mir willst. Alte Skyrim? Ja, was genau soll ich machen? Ah! Da war es nur noch einer. Oh, ein Rubin. Ein seltenes Luxusgut. Und Eisenerz. Das wollen wir mehr, ne? Wir nehmen es. Gerne. Haben wir eigentlich noch Eisenerz irgendwo? Ne, ne? Wir haben einen Barsch. Da brauchen wir noch die Lilly, damit wir noch Medizin herstellen können. Ansonsten sieht's hier gar nicht. Das hab ich gar nicht gesehen. Man muss echt hier genau schauen, was hier ist. Hier zum Beispiel. Ach ja. Ja. Wisst ihr, was ich glaub? Der Schlüssel passt zur Ruhe. Okay. Ja, okay. Ja, ist ja gut. Ihr habt mich überredet. Den Schlüssel können wir jetzt nur noch verkaufen. Ah, der hätte so schön zur Ruhe gepasst. So ein Mist. Na gut. Gehen wir noch mal unten in die Wachstube. Da müssen wir als Gag. Nicht, ich glaub, dass da noch irgendwas ist. Können wir noch mal Holz hacken? Wir haben keinen Holz hacken mehr, ne? Davon abgesehen. Habt ihr noch was zu sagen? Neues? Ne. Hier ist alles wie ausgestorben, ne? Nicht. Das haben wir uns verdient. Jetzt mal ganz ehrlich. Das haben wir uns einfach verdient. Ja, ihr mögt jetzt sagen, okay, aber die sind doch eh hier fort. Die haben das alles liegen gelassen und sind fort. Und ja, jetzt liegt es so rum. Sinnfrei. Knacks, hättest du gerne neue Rüstung? Ah, schwere Rüstung kann natürlich niemand. Das würde mich jetzt sehr wundern. Wir können auch nicht mal mittlere. Welche denn schwere? Die Frage ist natürlich jetzt. Die große Preisfrage ist natürlich. Verkaufen wir die schwere Rüstung. Oder wir heuern noch jemanden an, der schwere Rüstung kann. Das wäre doch cool. Ich glaub, da vorne haben wir was vergessen. Warte mal hier zum Beispiel. Wir müssen echt genau schauen. Was ist denn das hier? Der Flüchtlingsanführer wartet uns. Weiß Gott nicht. Weiß Gott nicht. Also momentan ist man nicht. Hier, das Ding hier habe ich vergessen. Die ganze Zeit... Da ist doch jemand hier im Hinterheld. Wölfe oder so. Wir kämpfen mal mit den Wölfen. Mal schauen. Vielleicht bringen sie ja was. Wir sind gut drauf. Wir brauchen... Ne, wir brauchen keinen Ritter. Wir brauchen einen Fernkämpfer. Wir brauchen unbedingt einen Fernkämpfer. Wir brauchen einen Fernkämpfer. Wir brauchen einen Fernkämpfer. Wir brauchen einen Fernkämpfer. So, Knarxy Boy. Oh, Schlamm. Okay, nein. Schlamm muss nicht unbedingt stehen. So, dann, aber ich glaube, wir können noch, wir können leider noch nicht, wenn wir uns hier dazwischen stellen, ne, das ist zu weit auseinander, sag ich euch, dann lieber, dann lieber mit Meisterin, kommt die hier schon hin? Ja, auf geht's. So, jetzt kannst du gleich wieder ein bisschen zurück. Musst du ja nicht unbedingt, ne? Der kann den eigentlich schon kaputt machen, ne? Auf der anderen Seite könnte ich auch mal Ränder nehmen. Mit Ketten oder Seilen gefangen nehmen, ich wusste doch. Irgendwie habe ich... Und können wir den dann, wenn wir den gefangen genommen haben? Wir haben ein Seil. Komm, probieren's mal. Können wir den dann als Hund einsetzen? Zähmen? Das wäre doch ein Ding, oder? Hm, geht trotzdem mal... Geh mal hier hin. Oder, wartet mal, geh mal hier rein. Geh mal hier hin. Ah, jetzt bist du wieder im Schlamm, danke. Ach, hier sind wir da dran. Das ist schön. Das ist tatsächlich schul. Können wir... Ne, reagiert nicht. Können wir aber dich... Lassen dich tatsächlich hier stehen? Okay. Ich mag ihn... Ich mag ihn eigentlich jetzt... Ah, er ist nicht tot. Schade eigentlich. Ich mag ihn eigentlich jetzt... Kannst du den wieder gefangen nehmen? Geht es? Dem Fall nicht. Bringt gar nichts. Du kannst... Machen. Sind gar nicht so schlicht drauf. Was machen wir jetzt mit dem Wolf? So, wir brauchen unbedingt Reparatur... Schade hin, wir haben jetzt alles an Reparatur... Wir brauchen unbedingt Reparatursets. Müssen wir mal beim Schmied vorbeischauen. Das heißt, hier unserem Trupp zugefügt. Der ist tatsächlich gezähmt. Der kann bluten. Wenn der bluten kann, kann der andere... Das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, wie viele Wölfe man dann zähmen kann. Sollten wir mal gar nicht so... Die Wölfe so... Ach so, wir bluten natürlich alles. Was ist denn das hier? Wolfsfleisch. Nebt. So. Wir gehen zurück nach... Stodot... Strottkamp? Strott... Strom... Stromkapp? Stromkapp. So, nett. Ähm... Jetzt wollen wir erst mal im Gaster schauen... Was es vielleicht noch anzuheuern gibt. Hier haben wir einen Informant. Das brauchen wir nicht. Wer ist Gottrich? Den sprechen wir mal an. I've had enough of my nightmare neighbors. Take me far away from here. Aha. Jo. Dich kann ich rekrutieren. Moment. Was bist denn du? Wir bräuchten, wie gesagt, wir bräuchten... Katar. Du bist so ein Faustkämpfer. Mäh. Ne, wir bräuchten eigentlich einen Fernkämpfer. Wenn ich es recht bedenke. Was ist denn mit einer Pfade? Oh. Schlecht ist nicht. Wir brauchen tatsächlich... einen Fernkämpfer. Fridwin. Du bist auch kein Fernkämpfer. Ja, noch ein Heiler wäre auch nicht so schlecht im Kampf. Tatsächlich. Aber... wie gesagt. feel free to come back often. There's always folk looking for work around here. Especially since all the fighting started across the border. 60. Beschädigte... Das ist natürlich nicht schlecht. Ist das für die Nebenhand? Schwierig, ne? Echt schwierig. Kann ich das jetzt... Ich will nicht alles verkaufen. Wir lassen mal zwei erst mal da, oder? Zwei. Ne, wir lassen mal... Ja, wir lassen mal zwei da. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Kämpfen mitnehme. Da habe ich echt noch keine Idee so richtig. Ach so, halt. Die Haube... Wieso haben wir die noch nicht aufgesetzt? Hm, 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 hm. Moment. Wer könnte die aufsetzen? Du, ja. Aber eigentlich wäre ich lieber für sie eventuell. Oder Ria. Entweder Ria. Ria ist schon lange dabei, ne? Ach so, das ist... Ria kann leichter Helm nicht ausrüsten. Kannst du leicht einen Helm ausrüsten? Auch nicht. Warum? Du kannst als Einziger... Das ist nett. Aber schade, dass die anderen das nicht können. So, das Ding hier verkaufen wir. Das brauchen wir nun, weiß Gott, nicht. Wolfsfleisch ist klar. Das kann man beraten. Barsch. Okay. Muss das gekocht werden? Ja, wir können es ja beraten, ne? Ein Reiszahn. Bei Pferdenlesern. Das sollte man mal gar nicht so verkaufen, sondern man... Ich weiß nicht, was für Pferdenleser... Das gibt hier... Was ist das? Kadaver? Tiergebeine. Es ist jetzt nicht... Es ist halt so... Na, wenn man gar nicht... Wenn es gar nicht mehr geht. Dieses Fett kann zur Fertigung von Fackeln... Oh, Fackeln? Gerne. Gerne, gerne, gerne. Eine Fackel könnten wir auch herstellen. Ist in Ordnung. Blödsinn steigt auf. Moment. Das sind hier ganz neue Dinge. Blödsinn, wohin steigst denn du auf? Nee, schade nicht. Bewegung wäre super, oder? Oh, die ist doch... Die sind doch nie im Kampf dabei. Verstehe ich nicht ganz. Die Pferde sind nie im Kampf dabei. Wieso kann ich die... Sich im Kampf zu bewegen? Ich habe keine Ahnung. Alter, ich sehe nicht, dass da im Kampf irgendwas dabei ist. Ich würde es jetzt mal in der Bewegung, oder? Oder lieber den kritischen Treffer hoch. Oder die Stärke hoch. Kann die denn vielleicht auch... mehr... Ich habe keine Ahnung. Hier geht noch nichts, ne? Was ist denn da unten für ein Zeichen? Der ist... Was ist denn das da unten? Was bedeutet denn das? Der ist verletzt. Aha. Wir brauchen Medizin. Außerdem. Wir brauchen so viel. Du, mein Freund... Wir schauen mal... Wir wollen erst mal das Kopfgeld kassieren. Hier ist dein Reward. Und schauen, ob du vielleicht noch was Gutes hast. Jetzt... Jetzt kommen wir schon... Jetzt kommen wir schon zu... Dingen. Warte mal. Hier haben wir noch was Gutes. Bitte um Hilfe, Amateurjäger. Sich der bedrohenden Gefahren unbewusst ist eine Handvoll Erdoraner ausgezogen, im Wald von Schick auf die Jagd zu gehen. Jemand muss sie warnen, damit sie nicht gefressen werden. Das ist doch was für mich. Und genau hier unten. Sehr schön. Da bin ich doch immer gern dabei. Bei sowas. So, dann verlassen wir mal den Ganzen. Wir... Schauen noch mal ins Rathaus. Ob uns der vielleicht gewogener ist jetzt. Ich glaube, es ist für mich. Du hast nicht gehört, dass wir einen Banditen aus einer Höhle vertreten haben. Interessiert. Die ist so gar nicht hier, ne? Wie es scheint. Na gut. So, wir gehen mal zum Schmied. Ria... Was kannst denn du schmieden? Ein Wurfmesser? Ein Schild könntest du schmieden. Gerne. Du schmiedest uns jetzt erstmal ein Schild. Ich möchte nicht alles eisen, erzeugen. Ich möchte jetzt verbrummen, denn ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Aber... So... Ne, kannst du nicht. Ich habe schon gedacht. Wir brauchen also dem Reparaturmaterial, mein Freund. Und... So, wer bekommt das? Bekommst du, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt ist es endlich mal ein anständiges Schild. So, das den können wir auch weg tun. Ein anständiges Schild. Ich weiß halt noch nicht, wie das mit dem Wurfbeil ist. Hätte ich natürlich auch gerne wusste. So, dann... Meister... Nee, nee. Ich brauche... Um ehrlich zu sein... Deine ganzen... Ich nehme die alle. Für 100. Ich nehme die alle. Das Problem ist nur... Wir brauchen auch noch ein bisschen Medizin. Wo ist denn... Ich meine, wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen. Zum Beispiel den Saphir, den Rubin. Das Ding hier eventuell auch. Nicht gerne. Ich weiß es noch nicht. Dann schleppe ich es immerzu mit mir rum. Ah, es ist... Ihr müsst... Macht, 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 macht falsch. Wo ist denn... Hier. Wir kaufen sie alle. Wir brauchen die Medizin sowieso. Nutzt ja nichts. Nutzt ja nichts. Das können sie auch nicht enden. Hä? Wir haben doch einen Alchemisten. So, nicht wir haben keinen Alchemist. Wir haben hier einen Düftler. Die ist unsere Schmiedin. Oh, echt so wenig. Obwohl sie es so schön hergestellt hat, ihr Zeug. Angler. Ach so. Ach ja, den Angler. Der muss Alchemist werden. Alftair, du musst leider... Wir haben eh noch keinen... Wir haben eh noch nichts. Wir haben eh noch nicht dieser Lilly. Deswegen sei es drum, ne? So, was haben wir noch? Markt, ne? Ansonsten. Schauen wir noch mal, ob sie was Neues auf dem Markt haben. Komm, komm. Take a look at my wares. Bernstein. Ach so, ja, das sind deine... Ja, ja, nie. Das ist das, was ich dir verkauft habe. Alles klaro. Pass auf. Ich verkaufe dir auf alle Fälle... Weil, brauche ich ja nur, weil es gut nicht, oder? Ich verkaufe dir weiterhin... ...das und das. Heißt denn, jetzt verkaufe ich dir auf keinen Fall. Ach, hier haben wir noch mehr Eisen jetzt übrigens. Das können wir zusammenlegen. Harz, Stoff. Das brauchen wir alles. Ja, alles andere brauchen wir. Oh, man. Wenn man bedenkt... ...wie viel wir eigentlich Platz haben... ...und trotzdem kriegt man nichts rein in die... Wisst ihr, das finde ich echt ein bisschen blöd. Weil wir... Ansonsten macht es doch keinen Sinn, dass wir zwei Ponys haben. Damit erhöhen wir im Grunde nur... ...die Tragekapazität, richtig? Weil ich kann ja hier nix... Also ich wüsste jetzt nicht. Also von der Kapazität her passen. Schade eigentlich. Dass wir nicht noch... ...zwei... ...wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, ne? Zwei Pferde, zwei Inventare. Das wäre natürlich super. Wie gesagt, die können sie uns begrenzen von mir. Aber dann könnte man... ...wenn man dann drei Pferde hat... ...macht es ja mehr Sinn... ...mehr Inventar Platz auch zu haben, ne? Hm. So gut. Ich glaube... ...ansonsten... ...war es das... ...bei dir? Schau noch mal hierher. Für zwei Tage haben wir noch Nahrung. Das ist wenig, um ehrlich zu sein. Deswegen werde ich noch mal Hammelfleisch dazu kaufen. Merkt der das jetzt? Aber jetzt... ...schau mal hin. Das ist nicht viel reif gegangen. Obwohl ich jetzt noch zwei Hammelfleische zugekauft habe. Merkwürdig, oder? Let's hope the best. Ich meine, wir kommen immer wieder hierher. So ist nicht. So, und du? Wir sind jetzt so weit. Ach so, ja. Ein paar Äpfel. Keine. Gut. Ach komm. Bisschen Obst. Kohlsuppe. Kostet auch nicht so viel. Okay. Reicht das mir. Gut. Wenn du die Lilly noch hättest, das wäre super. So, was wollte ich... Ich wollte noch irgendwas machen. Ja, das mit der Rüstung, weiß ich nicht. Ich wollte noch irgendwas machen. Aber was weiß ich nicht. Was denkt ihr? Machen wir heute noch eine Runde. Wieso ist denn eigentlich hier? Wartet mal. Hammerhelfer. Was ist denn das? Das wollte ich noch machen. Wartet. Hammerhelfer. Wo ist denn das? Ich meine, Hammerhelfer kann doch nur hier sein, oder? Hä? Hammerhelfer. Was ist hier irgendein? Du bist... Psst. Du. Ja, du. Du schaust für Arbeit? Ich kann dir Tipps geben und dir die besten Missionsbeginn. Der Kind, der viel besser betrifft als die miserlige Rewards, die die Mercenariere Guild hat. Ach. Das machen wir, wenn wir von den zwei Aufträgen zurückkommen, werden wir uns mit dir beschäftigen, mein Freund. Aber das hat noch nichts mit dem Hammerwerfer zu tun. Aber Hammer kann doch nur was zu tun haben mit... Wartet mal. Mit der Schmiede, oder? Ist hier noch jemand? Ist hier niemand? Freund? Ach so. Vielleicht meinen Sie das mit dem Skilled Blacksmith. Denkt ihr? Der Hammerhelfer. Ich denke schon, ne? Wenn wir einen Skilled... So, und dann gehen wir im Grunde hier so runter und schauen... Also, das nächste Mal. Und hoffen das Beste. Jetzt wollen wir nur... Wir haben jetzt einiges wieder, ne? Wir haben einen Wolf, der ist in Ordnung. Die anderen auch. Wir bräuchten, wie gesagt, noch einen Fernkämpfer. Fernkämpfer. Fernkämpfer bräuchten wir so dringend noch. Das glaubt er gar nicht. Aber okay, vielleicht bekommen wir den noch irgendwann. Ich sag derweil... Ciao. Ciao. Ciao.